Liebe Leute, hier ist wieder euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa-Univers. Alles mit Bayern. Unsere Voraussetzungen für Großkönigreich Bayern werden natürlich immer besser. In der letzten Folge haben wir Spanien in die PU gezwungen. Leider müssen wir 50 Jahre warten bis wir die integrieren und wir werden die auf jeden Fall integrieren, wenn es funktioniert. Spanien noch in blauer Farbe zu sehen, das wäre gigantisch würde ich sagen. Spanisch Molucken. Ja, Ende des Spiels dann. Aber das wäre wirklich Wahnsinn. Wie schaut die Loyalität aus? 37% geht glaube ich langsam runter. 45.000 Mann. Natürlich haben wir die Loyalist noch drinnen. Logisch. muss ja sein. Schulden. Keine. Keine Spanien. 1000 Schulden. Werden wir mal noch tilgen. Haben wir noch ein größeres Plus. Ach stimmt, wir wollten hinten 14.000. Ich denke mir gerade, warum haben wir so viel Kohle. Wir wollten den Suezkanal bauen. Ja, wir starten mal. Wir starten mal. Haben wir eine Militärkoalition gegen uns wegen oder traut sich jetzt wahrscheinlich keiner mehr? Ne, keine Koalition. Wahrscheinlich traut sich keiner mehr. Wie schaut es denn jetzt eigentlich militärisch aus? Armeen. Oh, der Russe. Nach wie vor der Russe geht richtig ab. Bengalen. Spanien. Es ist so geil. Es ist so geil. Aber okay. Bengalen ist ja echt interessant. Staatsehe mit Portugal. Kein Bündnis. Ah, stimmt. Das war ja. Die waren ja sauer auf uns. Ne, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ähm, ja, jetzt. Wo es stehen. Oh, die Truppen sollten wir vielleicht hier ein bisschen wegfahren. Die 56.000 Mann fahren wir mal schon mal hier drauf. Die anderen 56.000 Mann fahren wir auch irgendwo in unser Gebiet. Ja, jetzt ist uns natürlich einiges an Möglichkeiten offen. Was wir zukünftig machen werden. Wir könnten uns auf die Portugiesen stürzen zum Beispiel. Freiheitsbestreben minus 25%. Ich glaube, oder die Reichweite für Kernprovinzen ist halt auch sehr geil. Also Freiheitsbestreben würde uns halt jetzt wahnsinnig viel wegen Spanien bringen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch als erstes. Ja, 0%. Jetzt können wir nämlich hier auch die Loyalisten wieder raus tun. Wir sparen uns 11 Dukaten im Monat. Wahnsinn. Ja. Irre. Das ist mal richtig viel Kohle. So. Was haben wir denn hier? Liberalisierung des Getreidehandels. Ein Revolutionszentrum. Ja. Würde ich aber sagen, machen wir. Getreide ist gut für uns. Wir können Anspruch auf die Schweiz erheben. Machen wir mal. Und wir können nach oben gehen. Oh, 715. Das waren viele Punkte. Warum eigentlich so viele, wenn ich hier Minus hatte? Ein Eroberungs-Kriegsgrund gegen die Schweiz, der mich aber eigentlich gar nicht mal so sehr interessiert. Ungarns Meinung. Wen interessiert theoretisch Ungarn? Wen interessiert Ungarn? Wir könnten probieren, was Entfernung zur Grenze, willst du mich verarschen? Ne, Ungarn interessiert niemanden. Deswegen nehme ich lieber die 15 Diplomacht. Ich habe gerade überlegt, man könnte den als nächsten Vassallen eventuell einführen und dann die ungarischen Provinzen zurückerobern. Allerdings haben wir sowieso schon mehr als genug. So, mehr als genug hier diplomatische Reputation und dann müsste ich mich mit Polen vielleicht auch anlegen. Und Polen ist ein treuer Verbündeter. So, was nehmen wir denn jetzt hier? Doch noch am Schluss die Seemachtsideen, Offensivideen, Aristokratie. Weil ich hier bei diplomatischen, administrativen Ideen, wo ich vielleicht gerne noch reingehen würde. Wir haben gar nicht genügend Punkte. Wir haben hier eh noch zwei Sachen offen mit Handel und Wirtschaft. Ich sehe hier, wir haben auch Qualität. Auch noch. Ach du Scheiße. Man konnte doch genau. Qualität und Wirtschaft. Qualität. Okay, immer Qualität. Hm. Jetzt komme ich ja echt ins Grübeln. Wir haben von allen drei noch irgendwas, was nicht fertig ist. Ja, hier auf Einfluss hätte ich vielleicht früher gehen sollen. Das rentiert sich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Wenn wir können mal vorsichtshalber reingehen. Wegen Spanien, um das dann ein bisschen schneller noch vielleicht ins Boot zu holen. Aber so viele Punkte werden wir gar nicht zustande bekommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das funktioniert. Hier kümmert sich hoffentlich Spanien selber drum. Was macht denn unsere Flotte gerade? Bringt Militärinheiten irgendwo hin? Dann ihr darüber bitte. Wir helfen den Spaniern natürlich. Hier kümmert sich schon Spanien. Sehr gut, sehr gut. Toskana führt Krieg. 10 Papsteinfluss, dafür Unruhe. Ja, Unruhe habe ich. Wobei, wie schaut das aus mit Unruhe? Wahrscheinlich total chilly. Ja. Dann nehmen wir doch die 10 Papsteinfluss. Papsteinfluss ist immer gut. So, ich wüsste jetzt gerne noch, wo hier Unruhen sind. Ah, hier hinten noch 10.000. Das ist ärgerlich. Da kommen wir auf gar keinen Fall hin. Wir helfen den Spaniern hier vorne, wo wir können. Gut, dann wollen wir jetzt mal die 46.000 Mann nicht hier haben. Steuern im Zweifelsfall immer. Das finde ich natürlich hier sehr lustig. Spanien hat hier 38.000 Mann und lässt die Rebellen hier gerade rumhantieren. Nicht so intelligent. Jetzt kümmern sie sich ein bisschen drum. Okay, wir gehen hier schon mal rüber. So, Portugal bietet mir ein neues Bündnis an. Dann werden wir erst mal tun, weil ehrlich gesagt mich Portugal gar nicht mal so interessiert. Ich meine, die hätten zwar einige schöne Gebiete hier und so und vor allen Dingen hier drüben. Aber ich glaube, ich würde mich tatsächlich erst mal auf Französisch-Kolumbien stürzen. Könnten uns hier auch auf Schottland stürzen. Na ja, erst mal glaube ich, werden wir uns hier auf Französisch-Kolumbien stürzen. Oh, Norwegen ist da mit drinnen. Frankreich ist alliiert mit Norwegen. Okay. Ja, schauen wir da mal. Kümmern wir uns erst mal jetzt um so um unser Gebiet. Ach so, wir könnten auch immer noch, fällt mir gerade ein, hier unsere Quest mal machen. Wir sollten immer noch Schwaben erobern. Schwaben heißt Tirol zum Beispiel. Okay, okay. So, 56.000 Mann hier, 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 hier. Die will ich auch noch. Ihr geht mal nach München schon mal. Und ihr geht auch schon mal irgendwo da rauf. Ich glaube, ich werde dann mal gegen Tirol ziehen. Beteiliger des Glaubens interessiert mich nach wie vor nicht. Hier möchte ich nichts machen. Hier, Twix. Wobei, wir könnten Savoyen... Können wir hier irgendwo noch... Hier könnten wir noch mal Regierungslimit holen. Hier auch. Hier haben wir es, glaube ich, schon. Hier haben wir es schon. Ah ne, hier haben wir es ja auch schon. Hier haben wir es auch schon. Nur hier können wir es noch mal holen. Ja, das machen wir jetzt. Zack. Wollen wir... Oh, ich muss nicht mal was dafür tun. Die Loyalität könnte man auch gleich erhöhen. Schauen wir mal, was haben wir? Grundsteuer mindestens 10 in Jerusalem. Das gefällt mir richtig gut. Ferrari ist ein Untergebener, will ich nicht. Alexandrin, ne. Jerusalem, das finde ich gut. Grundsteuer 10. Zack, zack. Jerusalem, coole... Achso, wie schaut es denn eigentlich aus mit Handelspunkten? Wir haben ja... Hier zum Beispiel... Können wir erhöhen. Gibt es da einen besseren Punkt? Gebäude... Nein. Gibt es da keinen schöneren Punkt? Egal. Dann haben wir... Konstantinopel. Auch Stufe 1. Venedig ist Stufe 2. Können wir das auf Stufe 3 machen? Ja. Auch Stufe 1. Habe ich das noch nie gemacht? Doch, ich... Ah doch, hier ist zum Beispiel 3... 3... 3... Okay. Irgendwann hatte ich es schon mal gemacht. Hier haben wir noch eine 1. Ähm... Moment. Ich wollte ja was bauen. Ich sollte mal aufhören mit dem Schmarrn. Äh, bringt uns zwar mehr Kohle, aber wenn ich natürlich auf 5... äh, auf 20.000 kommen will, dann sollte ich damit aufhören. So, wir können um 150 Punkte Entwicklung nach oben gehen. Das heißt, wir könnten jetzt einmal Savoyen... Du bist schon... Okay. Was hätten wir denn hier? 30 und 18 Entwicklung. Aber das ist ja eh alles. Das ist ja eh schon alles Kernprovinz. Also hier Savoyen zum Beispiel. Ja, machen wir mal. Äh? Muss ich nicht? Okay. Süd... Ja, aber der Rest gefällt mir ehrlich gesagt nicht so südliches Brabant. Ja, doch. Mit dem Rest warten wir mal noch, bis sich etwas Besseres ergibt. So. Der König ist tot. Nein. Wer ist gerade gestorben? Die Königin? Habe ich zu schnell weggeklickt? Mist. Mist, 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 Mist. Okay. Ähm. Oh, wie zwick. 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 Was passiert denn hier? 15 Prestige oder... 55 Bauern in München? Das ist natürlich krass, aber werden wir werden... Die Fucht zum Prestige werde ich nicht ergeben. Wir holen, ähm... Uns hier die verräterischen, äh... Bäuerlichen Regimente. Ein Kardinalsitz. Ja, werden wir uns holen. So, dann... Alle darüber. So. Thema wäre erledigt. Dann hätten wir 50.000 Mann hier. 45.000 Mann hier. 23.000 Mann nach wie vor in München. Weil wir haben ja noch... Genau, die müssen wir zusammenfassen. Ein bisschen was zu tun. Wo erkläre ich denn jetzt überhaupt Kriegen? Haben wir nichts mehr in Spanien stehen? Okay. Alle Truppen auf unserer Seite. Dann. Wir brauchen... Befehlshaber. Wen haben wir hier? Den König. Nein, den Drohnenvölker, glaube ich, war es. Herrscher. Okay, da steht nur noch Herrscher dort. Wer ist denn momentan, König, bei uns? Ferdinand Maria Albrecht ist der Drohnenfolger. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir mal einen absetzen. Ist halt vom Alter her gefährlich. Vom Alter her sehr gefährlich. Dass die beide direkt hintereinander sterben. Wir gehen das Risiko mal ein. Aber wir könnten noch einen General brauchen. Dafür den Admiral könnte man eigentlich weghauen. Na, wir haben aber noch Platz, weil da sind ja zwei Könige drinnen. Da sind zwei Könige drinnen. So. Die haben alle einen General. Und ich hoffe mal, mehr Truppen werden wir eh nicht brauchen. Ungefähr 150.000 Mann. Neapel, Mühlhausen, Memmingen, Braunschweig, Pommern. Ach so, wen erklären wir denn jetzt den Krieg? Tirol? Oder hier Baden? Aber Baden... Ne, wir wollen ja mindestens zwei Provinzen, glaube ich. Ja, seit zwei. Nein, wir brauchen vier Provinzen. Okay, wir brauchen vier Provinzen. Staatsehe mit Tirol. Unabhängigkeit garantiert mit Tirol. Wenn ich jetzt Baden angreife, ist Tirol mit dabei? Ja. Wäre ja eigentlich noch besser, oder? Memmingen ist auch dabei. Hm. Die Frage ist, ob ich mehr Mann brauche. Tirol, hier ist 46.000 Mann. Interessant, interessant. Wo habe ich denn jetzt noch... Da? Hier habe ich noch 56.000 Mann. Du kannst dich eigentlich direkt dann auf den Neapel stürzen. Okay. Und ihr kommt auch mal mit... Nur mit drauf. Nur mit drauf. Mehr will ich noch gar nicht. Dann erklären wir doch einfach mal Baden den Krieg. Das wird zwar eine fette Koalition dann geben. Aber ist halt so. Ach, wir könnten eigentlich Polen und Norwegen mit reinrufen. Einfach, weil wir es können. Krieg an mehreren Fronten. Passt doch immer. Norwegen kann sich schön hier auf Pommern stürzen. Los geht's. Los. Was? Die Schweiz ist auch mit dabei. Hm. So. Haben wir die anderen Schiffe auch? Ja. Aber wahrscheinlich nicht im Mittelmeer. Ja, wir kriegen hier leider die Truppen nicht sehr, sehr, sehr schade. Oh, wir sollten auf jeden Fall langsamer machen. Auf jeden Fall. Memmingen ist schon raus. Das ist ja verrückt. Was haben wir denn noch? Die Schweiz her. Dann stürzen wir uns halt direkt auf die Schweiz. Ah ne, wir holen uns hier hinten. Tirol. So, du marschierst hier hin. Du marschierst da hin. Nein, du marschierst da hin. Wir kümmern uns erstmal um viel, viel hier so Kleinscheiß. Irgendwas werden wir da oben schon erwischen, nehme ich mal an. Ähm, diesmal lassen wir irgendjemanden abhauen. Wir können aber Prestige, ja, glaube ich, Regeneration, Rekrutenreserve, nein. Wir nehmen das Prestige mit. Und hier könnten wir sowohl Einfluss als auch in den Handel reingehen. Handelseffizienz würde richtig viel Kohle bringen. Wir nehmen allerdings den Einfluss. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwas mal mit Spanien damit anfangen können. So, wie schaut's denn aus bei uns im Reich? Wir werden gerade nirgendwo belagert. Die Schweiz kommt nach Wirten. Wo zum Teufel ist... Ach, hier unten ist Wirten. Gut, dann gehen wir mal zur Schweiz. Wir hätten hier unten... Nein, Tirol. Baden. Was bist denn du hier? Memmingen. Du willst noch nicht in mein Reich. Die Koalition ist ja jetzt schon... Uiuiui. Aber gut. Wen hätten wir denn hier? Okay. Regoutenreserve, nein. Lassen wir mal alles in der Hoffnung, dass hier was Besseres auf jeden Fall nachkommt. So Moral, Disziplin, Unterhalt, Armeen, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Eigentlich hätte ich jetzt am liebsten Moral oder Disziplin gehabt, muss ich gestehen. Wir schauen das eigentlich aus. Also Kriegsgegner hier, das ist eigentlich relativ egal. Oh, Pommern, Tirol, Schweiz. Ja, ordentlich. Ordentlich, das muss man jetzt schon mal sagen. Ich wollte aber eigentlich hier gucken. Die Moral. Wir sind die Stärksten von der Moral, aber nicht die Stärksten von der Disziplin. Okay. Köln und Schweiz vor allen Dingen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Schweizer, hohe Moral und hohe Disziplin. Die könnten uns richtig Ärger machen. Also Schweiz, viele Truppen, starke Truppen. Die sollten wir wirklich relativ flott hier rausnehmen. Wollen wir noch irgendwo irgendwelche Truppen bewegen? Sollen wir die noch dazu holen? Lassen wir auch mal bei der Schweiz belagern. Oh, Polen, Hälfte kräftig mit. Baden hat schon keinen Bock mehr, ja klar. Kriegsziel ist erobert. Jetzt muss ich mal aufpassen, immer dran denken, nicht Baden ist das Kriegsziel. Äh, nicht Tirol ist das Kriegsziel, Baden ist es. Nicht, dass ich aus Versehen Baden aus dem Krieg rausnehme und dann habe ich einen Gesamtfrieden. Wäre doof. Hier nehmen wir noch Moralflotte mit. Ja. Ah ja, okay, jetzt erwische ich mich hier doch noch. Hm. So. Ja, eigentlich ein relativ entspannter Krieg. Ich meine so von den Truppen her, wir haben fünffache, siebenfache, also keine Ahnung, wir haben 108, 100, 130.000, 190.000 Truppen gegen uns und bei uns sind 500, 600, fast 800.000 Truppen. 500, 600, 800, fast 880.000, also wir haben sechsfache Übermacht an Truppen. Äh, ich brauche eigentlich auch keine wirkliche Angst vor dieser Koalition haben, die hier kommt. Da Spanien an unserer Seite steht, das war jetzt doof. Was soll schon passieren? Nichts bei uns wird belagert, okay. Lassen wir irgendjemanden raus. Die Schweiz. Ja, okay. Die Schweiz, wenn du raus müsst. Geh. Die Schweiz, wenn du raus möchtest. Geh. Memmingen, Tirol, Werden, Werden, du darfst auch raus, wenn du möchtest. Du möchtest doch noch nicht, okay. Dann gehen wir hier mal noch nach Stuttgart. Immer noch keine Belagerung auf unserer Seite, also gegen uns. So, Tirol. Da werden wir jetzt ein bisschen was nehmen. Dieses Eck hier wollen wir. Dieses Eck. Baden zählt dann nicht mehr dazu. Okay. Wir brauchen genau die vier Provinzen. Interessant. So, dann schauen wir mal. Tirol. Du möchtest uns, dass das scheiße. Geht nicht. Geht nicht. Oh, wow, wow, wow. Venedig, Kirchenstadt, Trent, Memmingen, Schweiz, Ferraro, Bologna. Ja, es wird problematisch für uns, das wird problematisch für uns. Weiter gehen sie nicht. Egal, wir machen das jetzt. Soll sich die Koalition mal bilden. Soll sie sich mal bilden. So. Wie geht's weiter? In Trier stehen wir schon. Dann marschieren wir mal hier rauf. Und nach Kleve. Zum Herrn Currywurst. Ah, hier, Bodensee. Süß. Ähm, Leute, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Okay, Krieg gegen den Kaiser, äh, Ghan. Trotzdem war's das jetzt mal für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Servus.